Herzlich Willkommen zurück zur Story von vorne beim Saborei aus dem dritten Kapitel. Jetzt lassen wir Paul hier noch mal die Geschichte erzählen. Ich ließ fünf Daimyo zurück, damit sie um die Kontrolle über ihr Volk kämpfen konnten. Wir würden schon sehen, wie stark ihre Einheit wirklich war. Ich gab Seijuro den Palast. Die anderen vier Überlebenden meiner Prüfung setzte ich im Sumpf aus. Die Daimyo Aiyu machte den ersten Zug. Dann werden wir Diablo spielen. Jede Armee braucht Krieger, deren Spezialität der Sieg ist. Kensei. Schwertheiliger. Die Beschützer unseres Volkes. Jeder große Herrscher seit dem Untergang wurde als Schwertheiliger ausgebildet. Jeder einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. Das war jetzt nicht ganz so cool wie das von Orochi. Schön, ich steige. Wir haben gekommen raus. Ich zeige. Ich war die letzte Daimyo, die in Müre freigelassen wurde. Jetzt nimm dein Schwert und greif Apollyon an. Ich bin ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Wir müssten sie ja nicht töten. Wie geht's hier ja nicht durch. Ich werde euch finden. Ja. Das ist zu gut, aber ich muss in diesem... Jetzt hab ich aus Versehen, die Aufnahmen wendet, wo ich mich muten wollte. Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu muten. Ja. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Da 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 da. Gibt's hier aber was zu brauchen? Ja, gibt's aber wo. Hello. Hello. Was? Vorsicht, wir sind nicht allein! Wir setzten vier Daimyo im Sumpf aus. Wären es vier andere gewesen, hätten sie sich verbündet und ihre Probleme gemeinsam gelöst. Ja. Aber ich hatte sorgfältig gewählt. Hm. Das war jetzt gemein, das war gleichzeitig. Woll ich's nach rechts und dann nach links aus. Das hat nix gebracht. Sorry. Leitat. Hey, ich krieg nochmal was zurückblockbar. Das ist wahrscheinlich nicht kumulativ, das wäre nämlich total unlogisch. So. Gibt's hier irgendwas zu Z-Deppern oder so? Wo versteckt ihr euch? Hey. Und wer? Alter, diese Schockchen, die sind echt nervig. Ja. Nee. 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 Also wir müssen es nicht unblocken, aber was sind das dann, die Gare? Ist so standfestig halt, ja pfff. Äh, ja scheiße auf die Parade. Alter pfff, das geht ja nicht. Würdest du was sein das? Wo steckt ihr denn? Nein. So. Ja, Rahamos hätte ich mal auf Vorrat aktivieren können. Was ist für ein Verbrechen? Was ist für ein Verbrechen? Oh. Hey. Hab ich. Verräterin. Ihr wurdet verbannt. Sag mal. Ich hab doch... Was zur Hölle? Wie viele Mörder habt ihr im Laufe der Jahre entsandt? Ja, ist klar. Die kann während sie einen leichten Angriff ausführt noch parieren. Natürlich. Warum nicht? Ähm. Ja, ne. Ach komm jetzt. Also was soll denn der Scheissschwede? Mal noch ein bisschen Platz hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier vielleicht. Danke. Geiz. Ziffixer. So, jetzt komm mal. Ihr seid keine Daimyo, Ayo. Na ne, klappt nicht. Gut. Die kann natürlich parieren, wenn sie einen leichten Angriff ausführt. Ich kann die wirklich gar nicht parieren. Warum sollte ich das auch? So. Ich lass nicht zu, dass ihr über unser Volk herrscht. Sie nicht. Nee. Geht nicht. Es funktioniert einfach noch nicht. Ach. 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 Toll. Keine Ahnung. Will man den Stich da abwenden. Darf ich bitte mal ausrechnen? Bleibt standhaft, Leute! Tschüss. Er ist ja ohne Scheiss hier. Ist auch ruhig der Plan. Ich wollte von rechts umgreifen. Danke, dass ich rechts auch dreieren kann. Oder blocken. Ist ja sch... Alter Spiel. Jetzt wird's aber echt langsam witzlos. Hey, da gilt's ja noch was. Was die Samurai sich nicht eingestehen konnten, war, dass sie sich bereits im Krieg gegeneinander befanden. Ich fühlte es ihnen nur vor Augen. Euch hinter eurem Glauben. Bezwingen heißt ja nicht töten. So. Äh, nein. Oh, das hat sogar geklappt. Das war jetzt... Das war jetzt ein bisschen unerwartet. Haha, endlich! Der Helmspalter geht grad irgendwie nicht. Ah, jetzt geht er auch. Gut zu wissen. Nein, das war um. Hey. Wo auch immer das war. Danke. Das ist so schnell gehen. So. Wer will sie auch nicht töten. Wo hat Apollyon euch abgesetzt? Apollyon ist der Name eines Dämonen. Ich wählte ihn, als ich das Kommando über Schwarzenfels übernahm. Er bedeutet Zerstörer. Holdens Dämonenname ist Asmodai. Doch in letzter Zeit bevorzugt er seinen echten Namen. Merkwürdig. nimmst du überhaupt nicht hinterlassen. Ich warte mal. ein Samurai ging durch die Wälder er tötet, sie tötet in dem Fall sie tötet alle Bösen die sind auf Hand und zettetet alles was ich noch fand und beguckt alles was ich noch fand Giftfalle Tschüss ähm ja tschüss feindliche Truppen da drüben ach echt von Truppen hier ist wohl überhaupt ein Trupp wir kommen welchen da hin wahrscheinlich einmal da durch das sagen sie jetzt alles in wo versteckt ihr euch wo haben wir eigentlich die Fromme nochmal umgebracht wegen dem Verbrechen was ich danke ach der Fettsack ist der nope bitte weg hier wir hatten angegriffen kämpf mit mir du Laus ein echter Krieger würde so schnell nicht fliehen ich fiel hier auch nicht das ist ein taktischer Rückzug wirklich das ist doch sinnlos du fließt sogar wie ein Hund du feindlich ihr seid von Neid zerpressen das ist schon lange überfällig nein ich kenne euch der Traum gehört mir ayu zerfix aber nochmal na komm her soll ich da extra diese verdammte Falle na komm schweinchen 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 ja ist klar ja ist klar ouch sie hatte recht jeder Daimyo der ihre Prüfung bestand war ein Kriegsverbrecher wir würden unser Volk zerreißen oder ich würde dem ein Ende setzen bevor es überhaupt beginnen konnte dein Leben gehört mir wie viel Zeug haben wir schon gefunden sonst Details oh eigentlich mal so wenig aber nur eins zerbrechen hier habt ihr das gehört dafür haben wir es verwirrt sie nicht du hattest deine Chance zu fliehen sie nicht sie nicht wo steckt ihr denn ouch hey nein du hattest deine Chance zu fliehen ich werde Kaiserin sein niemand sonst hey man kann ihn doch umwandeln wieso geht denn das denn jetzt nicht neffig ihr dürstet nach Machtranja neffig 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 ich darf mich zu nerven ohne Scheiß na klar neffig irgendwie kamen oh warte wie ging das nochmal star ein star und jetzt und jetzt nein das war jetzt überhaupt noch nicht der Plan eins zwei es geht was war es Aktionsliste das tue ich doch verstehe ich gerade nicht ähhhhhhhhh hm selter warte lass das warte ich muss grad das zählt nicht so richtig gegengesetzt mehr oder weniger warte das... alter vielleicht soll ich auch ein bisschen weg so machen wir das einfach mal so gut die Finte geht irgendwie grad nicht ah jetzt hat sie klatsch keine Rüste jetzt los ja ist klar nein tschüss will nicht ha zum Glück hat die sich nicht hoch böser böser ganz ganz böser das hat er schon so ja die Ich habe den Fein entdeckt! So, ich auch. Ja, hab ich doch. Na, für soll man was machen? Oder nicht? Das war jetzt nicht. Nein. So, das war schneller. Sag mal, dieser Ausfallgriff geht gar nicht. Ah, jetzt hat er irgendwie schon. Ja, so mittel. Spricht dein Letzten! Angriff! Kizan war Gier. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Ach so, der war schon tot. Er hat euch als unwürdig erwiesen, Kizan! Hat er das? Vorsicht, wir sind nicht allein! Oh, so ein Fettig. Ah, da hinten ist schon. Nein, der bin ich. Meine Truppen würden sich schämen. Waffenbereithalten! Mist, ich trage mich aber selber. Scheiße. Au! Au! Klar, trotzdem Schaden. Warte was, ich hole mir mal schnell den Luftangriff da, aber den werde ich nicht gegen ihn einsetzen. Luftangriff, Pfeilhagel. Der ist ein Luftangriff. Der ist aber Pfeilhagel. Ihr versteckt euren Reichtum, damit ihr ihn nicht teilen müsst! Das ist doch sinnlos! Also, weichen. Ich werde Kaiser sein! So ein Mist, ich dachte, das killte ihn. Nein, doch nicht! Nein, au! Der Kaiser lacht euch aus! Der Kaiser ist tot, du Idiot. Unfair. Ganz unfair. Ich hatte nichts anderes erwartet. Oh, Scheiße. Diese Schickkokos sind ganz schön gemein. Flieh, du Memme! Macht euch! Alter, ja, ist doch klar. Ah, das wird's langsam nervig. Nein, ich wollte nicht. Nein! Hört auf! Er gebt euch! Dient mir! Wollen jetzt einkriegen die Speere. Oder wenigstens exekutieren, aber... Das war gar nicht mal der Plan, aber es hat geklappt. Wie ist es gerade ein bisschen grell? Schade, den Gong kann man nicht beobachten. Das braucht ja keiner. Ist hier aber was zu zerbrechen oder so? Was zu beobachten? Haben sie alle versteckt. Was zerbrechlich ist, finde ich hier gerade gar nicht. Vielleicht da oben? Wie ist es wert? Na ja, hier ist schon mal was. Finde ich gut. So. Hier ist dafür dann gar nichts. Nicht mal was zu beobachten, ist ja schade. Hm. Komm ich da irgendwie in den Turm? Ich glaube nicht, oder? Nee. Hätte jetzt jedenfalls keine Ahnung, wie das gehen sollte. Wo hat der Polly an euch abgesetzt? Na ja, dann halt so. Gut. Gut. Ciao. Ziel was zu beobachten. Oder zu zerdebbern. Oder irgendwas. Ich hab jetzt auf jeden Fall viel Platz für sowas zu zertöptern. Danke, dass ihr von der gleichen Seite angegriffen habt. Das hat mir jetzt echt nichts. Na, das war schon mal. Wo versteckt ihr euch? Tschüss. Jees. Ich habe eine schöne Familie, die dich betraut. Geht aber auf deinem Speeren weg. Geht doch weg. Halleluja. Ähm. Nein. Nein. Schon mehr. Arsch. Was? Hör mir mal rum. Das lebt's ja auch. Du bist ja auch so in die Augen geknüppelt. So. Wo steckt ihr denn? Nix. So. So. Zumpf, Zumpf, Zumpf. Ich werde euch finden. Jetzt sterbst du! Zumpf, Zumpf! 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 Zumpf! Zumpf, 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 Zumpf, Zumpf! Zumpf, Zumpf! Zumpf, Zumpf! nichts da. Was fehlt mir denn noch? 2-2 und 2-1 zu zerbrechen. Okay. Wahrscheinlich ist es halt jetzt ein Daimyo, aber muss nicht sein. Sollte mal die Miu-Taste ändern. Das wollte ich schon sehr lange, bis habe ich nichts gemacht. Könntest du sammeln? Oh, ein Bogen. Schieß auf was? Schieß auf Kisten. Aha. Warte mal. Da kann man ja her. Hier gibt es aber nichts. Unsere Welt ist voller versunkener Städte, geschleifter Festungen und vergessene Ruinen. Aber im Land Müre sind derartige Überreste nur ein paar Jahrhunderte alt. Die Zeit scheint dort viel schneller zu vergehen. Wo hat der Polly an euch abgesetzt? Das Boot ist noch da. Das wollte ich noch nachschauen. Gut. Noch was beobachten und noch was zettippern. Steht da jemand? Hey, da steht jemand. Ne, doch nicht. Na gut. Dann lieber letzter Daimyo, von dem ich den Namensschilder vergessen habe. Da ist nichts. Hier muss aber noch irgendwas sein. Geht der Schwachstück los. Schön, dass man ausweichen kann. Sie hatte recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Da habe ich mich selbst total umgedeht. Traurig. Na ja. Tschüss.